Ich habe als 16-Jähriger ein Praktikum gemacht in der Küche. Ich wollte was Handwerkliches erlernen und habe dabei gleich gemerkt, dass ich direkt nach meinem Tun und nach meinem Handeln Ergebnisse sehe und das hat mir unheimlich viel Freude bereitet, das zu sehen. Für mich ist es sehr wichtig und essenziell, am Abend zu sehen, was man geschafft hat. Das Lob und die Anerkennung der Gäste, das Funkeln und Strahlen der Augen von unseren Gästen, die unsere Teller sehen und speisen, zu sehen, wie wichtig es ist, in unserem Team zu arbeiten. Dazu kommt die Leidenschaft und die Liebe, die ich brauche, um diesen Beruf des Kochs und auch des Handwerks perfekt ausfüllen zu können. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit Produkten jeden Tag umgehen zu können. Dazu kann ich auf dem Teller meine Persönlichkeit auch ausdrücken, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber es ist mein Innerstes, so wie ich Gastronomie für mich verstehe und auch das Kochhandwerk für mich verstehe. Tradition, Eleganz und Handwerkskunst, das gepaart auf dem Teller, das macht mich unheimlich glücklich und stolz und das funktioniert nur mit meiner Leidenschaft, die ich jeden Tag ausüben kann.